Hallo, ich heiße Tiger Maitis. Heute zeige ich euch, wie man aus Lego eine Rakete baut. Diese alle Teile braucht ihr. Und jetzt geht's los. Erstens nehmt ihr so ein Teil. Dann nehmt ihr so ein Teil. Und macht hier so dran. So, dann nehmt ihr so ein Teil. Und macht hier so dran. So, dann nehmt ihr noch so ein Teil. Und macht hier so dran. Dann nehmt ihr so ein Teil. Und macht hier so dran. Dann nehmt ihr noch so eins. Und macht hier so dran. Dann nehmt ihr noch so eins. Und macht hier so dran. Dann nehmt ihr noch so eins. Und macht hier so dran. Dann nehmt ihr noch so eins. Er macht hier so dran. Dann nimmt er noch so eins. Er macht hier so dran. Er nimmt dann noch so eins. Er macht hier so dran. Er nimmt dann noch so eins. Und macht hier so dran. Dann nehmt er solche zwei Roten und schließt hier so dran, dort so zusammenschließen. Dann nehmt er das dritte und schließt noch dran. Dann nehmt er drei solche Striche. Dann nehmt er diesen großen Teil und macht hier so dran. Dann nehmt er dieses, was er jetzt so gebaut hat und macht genau hier in der Mitte dieses Loch. Teil, aber der ist nicht so kurz wie das andere, sondern der ist ein bisschen länger. Und das macht er überall hier in die Löcher rein. So, hier in diese Löcher. Dann nehmt er das hier und hier so. Schaut mal, wie schön eine Rakete. Viele Daumen nach oben. Viele Abonente. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.